Herzlich Willkommen geschätzte Besucher, Besucherinnen an der OEDA 2010 am Messestand der Firma Gebrüder Egli. Einmal mehr ist die Firma Gebrüder Egli an der OEDA präsent, für Sie mit Neuigkeiten zu wenden, ein bekanntes Programm vom Galenbau Ihnen näher zu bringen. OEDA wieder unsere Große Ballette von der Haltwacker schliessend, den haben wir dritter auch unsere Stockpläse reingehen, den haben wir bis zum Prodicleto. Wenn ihr für uns doch alle zählen, das Programm aus dem Taravachi Programm, der Anstrenger, bleibt sein Große Gerät. In diesem Jahr haben wir einen großen Drömmenhacker in unserem Messestand, wo wir Standdrauchmesser bis 35mm bearbeiten, mit einem Schussentwerpungsmotor von 140 PS. Ja, und weiter natürlich, da live, wo Sie sehen, an unserem Messestand, ein Kompaktbacker mit Hirtrotator und Eutrik-Schnellwechselsystem. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher, schauen Sie sich das an. Einzelartig ist auf dem Messestandgelände an der OEDA 2010. Vollautomatische Schnellwechselsystem Eutrik mit Ankreis-Kilzrotator, der innen die Arbeit auf dem Baustil erleichtert wird. Unser Maschinist, Charlie, ist unser Pilot. Er pilotiert einen Kubota-Faktor in der Klasse 8,5 Tonnen. Mit dem Kubi-Fahrwerk ausgerüstet, mit dem Ankreis-Kilzrotator, das ist das grüne Bauteil vorne und ohne der vollautomatische Schnellwechselsystem Eutrik. Wo es erlaubt, per Knobdruck von der Führerkabine aus, das Werkzeug an- und abzudrücken, ohne dass man aus der Kabine aussteigen muss. Schauen Sie sich an, wie schnell er das Regal gekoppelt hat und es ist einsatzbereit. Beachten Sie, wenn Sie das Regal wieder abkoppeln, der Pilot muss nicht mehr aussteigen, zum Hydraulichschluch abkoppeln, ja, ihr macht das mit den Führerkabinos, per Knobdruck, und so hat er das Regal angedrücklet und ich bereite es wieder beim nächsten Arbeitgeber, wo er ankoppeln. Per Knobdruck, Regal angedrücklet, Hydraulich verbunden, einsatzbereit und los geht es. Abbauern hat er jetzt ein Alu-Siebschubler, Typ SML 212,25, für eine Fördung 0,25er von Auszeiben, ein Inhalt von 0,60 Kubikmeter, einsatzbereit von 580 Kilo, für eine Packerkasse von 6 bis 6 Tonnen. Der Vorteil ist, entweder direkt vor Ort auf der Baustelle, das bestehende Ausflutmaterial so aussieben, dass sie nachher wieder ein schönes Material haben, um direkt einbauen können. Ohne müssen einen Ersatz, Austausch machen vom Baustoff. Und einmal mehr, über den Hackreis-Killprotator, die Schubeln so funktionell, multifunktionell können einsetzen, in jeder Lage, in jeder Position, so wie gerade die entsprechenden Baustellen in Ebenheit sind. Alu-Siebschubler, Typ SML 212. Erhältlich Anhörung für die Firma Gebrüder Ege in die Mietflotte. Wir können sie entsprechend adaptieren zu ihrem Backform. Egal, was für eine Lugname, oder was fürs Blut, wir können ihnen das Gerät entsprechend bereit machen für die Mietung. So, und so bereits wieder ein nächstes neues Andau-Gerät angekündigt. Das geht ja unglaublich schnell. Er kann dichter platzen. Er kann dichter platzen, wo wir nicht hier nachher laufen. Nein, wir haben die Andau-Gerät angehauen. Und das ist aber so flexibel, mit einer grossen Verdichtungsleitung. Mit einer grossen Tiefenwirkung. MTS-Verdichterplatte BÜG BAU 4. Der Packerplass von 4 bis 10 Tonnen einsatzgewicht geeignet. Das Gericht von dieser Verdichterplatte 490 Kilo. Mit einer Zettel-Vogalkraft von 2500 Kilogramm. Also eine sehr höhere Zettel-Vogalkraft. Die Verdichterplatte kann mit einer Frequenz von 35 Hertz also elektrisch hohe Frequenz und ganz speziell einmal mehr auch wieder über den Hackreis-Tilt-Rotator kann man hier die Verdichterplatte in jeder Position richtig optimal positionieren. Das kann man so um den Schacht rum. Um die Husecken rum. Oder wie auch immer. Kann man hier positionieren und verdichten. 360 Grad los. Endlos drehbar. Wenn Sie zukommen, will Sie das gerne beobachten. 1,2,3 und das Gerät ist abkoppelt. Und der Charlie ist bereits schon beim nächsten Anbaugerät per Knopfdruck und es ist einsatzbereit. Sie sehen, der Mann muss nicht mehr aussteigen und die Mühe-Sand den Hydraulikschluft ankoppeln. Nein, er macht das von der Feuerkabine aus. Er hat jetzt angekoppelt einen R-Card Felsfräse. Wie Sie sagen, es ist eine Felsfräse, die wir brauchen. Natürlich einerseits im Fels Felsfräse Fels abbauen, profilieren, aber natürlich auch im Geradenbau, wo wir mit schöne, sauberen Geradensohlen erarbeiten. Ideal mit so einer Fräse. Erkart Felsfräse gibt er 100 für eine Backerklasse von 0-7 Tonnen. Erkart, der Spezialist für Felsfräse. Auch die Felsfräse vom Mini-Backer vom 1-Tonen-Backer unter 50 Tonnen-Backer. Also auch Gräse für Ihren Backlok für Ihre Einsätze. Ein Drehmoment in dieser Gräse für 2870 Nm. Ein unglaubliches Drehmoment. Und für Sie einmal mehr interessant, sehen Sie wieder über den Hartkreis Tiltrotator. Das ist das grüne Bauteil, das Ihnen erlaubt zum Tilten und Drehen. Also, hier Felsfräse so können Sie positionieren, je nach Bauteleinsatz optimal können Sie die Arbeit umführen. Auf engstem Platzverhältnis können Sie die Fräse einsetzen, ohne müssen den Backtor ständig umstellen, wo viel Zeit braucht und unter Umständen auch problematisch ist. wird Ihnen erleichtern durch den Hartkreis Tiltrotator. Das Werkzeug richtig in jeder Lage richtig positionieren und schaffen Sehen Sie, so, die neue Technologie intakt schaffen, immer das richtige Werkzeugeinsatz bereit. Dank dem vollautomatischen schnellen Wechselsystem hohen zurück. Per Knopfdruck von dem Führerkravenus gleich abkoppeln und das nächste gleich ankoppeln. Alle müssen aus dem Backtor ausspülen und den Ausdruck drücken. fern von Festra fern 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 Untertitelung des ZDF, 2020